Guten Abend, schönen Abend, bis Weihnachten schon. Guten Abend, schönen Abend, bis Weihnachten schon. Am Kranze die Lichter, sie leuchten so fein. Sie geben der Heimat einen herrlichen Schein. Am Kranze die Lichter, sie leuchten so fein. Sie geben der Heimat einen herrlichen Schein. Guten Abend, schönen Abend, bis Weihnachten schon. Guten Abend, schönen Abend, bis Weihnachten schon. Der Schnee fällt in Flocken und weiß steht der Wald. Nun freut euch, ihr Kinder, die Weihnacht kommt bald. Der Schnee fällt in Flocken und weiß steht der Wald. Nun freut euch, ihr Kinder, die Weihnacht kommt bald. Guten Abend, schönen Abend, bis Weihnachten schon. Guten Abend, schönen Abend, bis Weihnachten schon. Nun singt es und klingt es so lieblich und fein. Wir singen die fröhliche Weihnachtszeit ein. Nun singt es und klingt es so lieblich und fein. Wir singen die fröhliche Weihnachtszeit ein. Jetzt sind wir zu sehen. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen gleich zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Magdeburg. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, die Sie den Bürgermeister und den Weihnachtsmann begrüßen wollen. Und ich will jetzt mal nicht die Frage stellen, wen Sie eher begrüßen, den Weihnachtsmann oder den Bürgermeister. Weihnachtsmann, oh, der arme Bürgermeister Trümper. Ein herzliches Willkommen den Kindern, die hier vorne stehen und die auch überall im Publikum stehen. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Dieses Mal wollen wir versuchen, Norbid, das sind die beiden Herren heute, zu verstärken, nämlich mit ihrer aller Stimmen. Und wir hoffen, dass es bei den nächsten Liedern klappt, dass das Lied immer zu sehen ist. Und wir laden Sie ein, mit zu singen. Es ist immer so bei uns, wir sagen, ich kann nicht schön singen. Das macht nichts. Hauptsache, Sie singen laut. Richtig kräftig mit. Und es gibt ja so Musikprojekte in unserem Land, wo einfach alle eingeladen werden. Und dann entsteht ein großer Chor. Und vielleicht gelingt uns das heute Abend auch. Der Domprobst Reinhold Fafferoth von der katholischen Kirche wird dabei mitsingen kräftig auch. Und ich bin der evangelische Zirkus- und Schaustellerpfarrer. Und ich hoffe, dass wir dann einen Ton finden miteinander. Und dass wir nicht gegeneinander singen. Aber auch das kann ja schön sein. Und wir sind hier zusammen im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich möchte beginnen mit einem Wort aus dem Alten Testament, einem Psalm. Dort heißt es nämlich, und das passt so schön in die nun beginnende Adventszeit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig. Der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Er ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. So heißt es im Alten Testament. Schüßer die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit. Glocken, die Glocken, die Glocken mit Heiligen Glein. klingen die Erde entlang. Und wenn die Glocken dann klingen, als sie das Christen breit wird, ruht sie vom Himmel, dann schwiegen, heilete niederzureden. Siegelt den Vater, die Mutter, das Kind, siegelt den Vater, die Mutter, das Kind, trocken mit heiligem Klang, klingen die Erde entlang. Klingen betrieb ich im Schale, über die Wehre noch wein, was ich erfreue noch alle, selige Weihnachtszeit. Alle aufjauchzen mit frohem Gesang, alle aufjauchzen mit frohem Gesang, trocken mit heiligem Klang, klingen die Erde entlang. Wer war es nicht? Wer war es dann? Ich darf leider nicht näher zu euch Kindern kommen, weil es dann Rückkopplungen gibt, hat man mir gesagt. Aber ihr könnt mich hören. Ich hoffe, ich höre eure Antworten. Was ist für euch das Wichtigste für das Weihnachtsfest? Geschenke. Sagt noch jemand was anderes als Geschenke? Na, erst mal die Kinder nur. Das ist nicht die Schule. Gut. Manche der Eltern und Großeltern wollten auch schon gerne antworten. Was gehört denn für sie zu einem richtigen Weihnachtsfest? Enkel. Enkel, gut. Eine Ente. Eine Ente. Ah, das kann ich verstehen. Da könnte ich mithalten. Für Sie als Weihnachtsmarktbesucher, die ohne Enkel und ohne Ende hier sind, was gehört für Sie zu einem richtigen Weihnachtsfest? Familie. Schnee. Schnee ist natürlich was ganz Wichtiges, aber ich würde sagen, es gibt Gegenden, die nicht hier sind, wo das Schnee sicherer ist. dann gibt es natürlich unter uns viele Männer, Frauen, die am Rand stehen, die zu den Sicherheitsdiensten gehören. Und wenn ich die frage, was ist denn für Sie das Wichtige vom Weihnachtsfest, was gehört dazu? Friede ganz sicherlich. Ruhe wird so eine Aussage sein. Liebe gehört dazu. Sie machen hier vorne toll mit. Ich könnte das Mikro an Sie weitergeben. Das ist immer so eine bunte Mischung und es war auch kaum anders zu erwarten, dass Geschenke natürlich als erstes genannt wird. Gutes Essen, Gemütlichkeit. Der Weihnachtsbaum, den habe ich noch gar nicht gehört. Sind Sie alle ohne Weihnachtsbaum zu Hause? Alle mal Hände hoch, die keinen Weihnachtsbaum haben. Da kommen ein Ohr. Ich weiß aber, was Sie machen. Sie sind bei den Eltern oder bei den Kindern und haben da den Weihnachtsbaum. Bei der Oma. Wir haben alle unsere Vorstellungen, was zu einem richtigen Weihnachtsfest gehört. Weihnachtsstelle. Und dann würde ich noch hinzufügen, das Kind gehört dazu. Hier vorne hat eben einer beim Psalm gesagt, ich bin der König der Ehren. Ich weiß nicht, ob das Jesus auch gesagt hat, damals in Bethlehem. Als Säugling konnte er noch nicht reden. Aber ganz sicher gehört dieses Kind, das Jesuskind dazu. Und manchmal ist es bei uns etwas im Verborgenen, ein anderes Mal mir im Mittelpunkt. In der Bibel heißt es, und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Wenn Sie sich das noch einmal vor Augen halten wollen, dann müssen Sie ein wenig hier in die andere Richtung, an links gehen und Sie haben eine wunderschöne Weihnachtsgrippe hier in Magdeburg. Und dort liegt das Kind in der Mitte. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen, dass Ihre Weihnachtsvorstellungen und Ihre Wünsche erfüllt werden. dass es wirklich Frieden ist, dass in den Familien Gemütlichkeit ist, Sie mit Freuden zusammenkommen und nicht auf den 27. warten müssen, wo die Geschenke wieder umzutauschen sind. Ich hoffe, dass Sie alle einen guten Griff hatten, ohne dass es der Griff ins Permanet war. Dass Sie mit Fantasie die Geschenke ausgesucht haben und Freude bereitet haben. Zum Weihnachtsfest mag es auch gehören, dass wir uns Zeit nehmen füreinander und diese Zeit miteinander genießen, ohne uns zu überfordern. Manchmal gehört zu diesem Genießen dann auch fünf Minuten Pause für sich alleine. Ich hatte eben den Eindruck, Sie haben natürlich alle keine Mikros, Sie singen hier gegen Mikros und lautstärkte Gitarre an, dass bei Ihnen noch ein bisschen mehr ginge mit dem Singen. Und das nächste Lied müsste eigentlich sowas wie ein Weihnachtsschlager sein, in den sich so richtig laut einstimmen lässt. Vor allen Dingen laut. Das Schöne kommt dann wie von selbst. Fröhliche Weihnacht überall Töne durch die Lüfte froher Schall Weihnachtsturm Weihnachtsbaum Weihnachtslucht in jedem Haus Fröhliche Weihnacht überall Töne durch die Lüfte froher Schall Töne durch die Lüfte froher Schall Weihnachtsbaum Weihnachtslucht Weihnachtslucht in jedem Haus Fröhliche Weihnacht überall Töne durch die Lüfte froher Schall Weihnachtsturm Weihnachtslucht Feindaden Weihnachtister Weihnachtslucht Weihnachtsturm Weihnachtslucht Weihnachtslucht Voher Schall Töne durch die Lüfte froher Schall Was wir anderen taten, sei getan für dich, dass wir kennen, jeder muss, Christkind kam für mich. Fröhliche Weihnacht überall, tönt es durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Haus. Fröhliche Weihnacht überall, tönt es durch die Lüfte froher Schall. Ja, fröhliche Weihnachten überall. Es tönt durch die Lüfte und es erzählt uns von dem Kind, das geboren wurde. Eben gerade wurden wir darauf aufmerksam gemacht, in der Krippe ist es zu finden. Und er, dieses Kind, hat uns mit Weihnachten beschenkt. Und es ist dieser Jesus, von dem wir den Namen kennen. Und als Erwachsener ist er mit den Freunden umhergezogen und sie haben ihn gefragt, Erzähl uns etwas von dir, von deinen Träumen, von deinem Gott und Vater. Und dieser Jesus hat ihnen gesagt, ihr könnt miteinander auch zum Vater beten. Und wenn wir miteinander diesen Weihnachtsmarkt eröffnen mit einem Gottesdienst, dann darf auch das Gebet stehen, dass Christen immer wieder miteinander sprechen. Und ich lade euch und sie alle ein, wer es kennt, einfach mitzusprechen bei dem Gebet, das eigentlich alle Menschen weltweit, die sich Christen nennen, verbinden. Jesus hat uns dieses Gebet geschenkt. Und es heißt, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Ewigkeit in Herrlichkeit. Amen. Wir wünschen Ihnen hier in Magdeburg einen wunderschönen Weihnachtsmarkt. Genießen Sie diesen Platz, genießen Sie die Möglichkeiten. Freuen Sie sich über das, was es zu sehen gibt, was es zu riechen gibt, was es zu essen, was es zu trinken, was es zu verschenken gibt. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Weihnachtsmarkt. Und darum bitten wir. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. Gott nehme dir Sorgen und Angst und schenke dir neue Hoffnung. Gott bereite dir den Raum, den du brauchst und an dem du so sein kannst, wie du bist. Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Gott mache heil, was du zerbrochen hast und führe dich zur Versöhnung. Gott gebe dir Entschlossenheit, Fantasie und Mut, damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. Gott bleibe bei dir mit dem Licht der heiligen Nacht, wenn dunkle Tage kommen. Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Beim nächsten Lied haben Sie noch einmal die Möglichkeit, die Gitarrenspieler und die Sänger zu übertönen, lauter zu sein. Und wenn sie ganz gut sind, sind sie auch einen Tick schneller als die. Dann merkt man das nämlich richtig. Also, bitte, ich lade Sie ein. Oh, du fröhliche, oh, du seeliche. Oh, du fröhliche, oh, du seeliche. Gott, du fröhliche, oh, du fröhliche, oh, du seeliche. Oh, du fröhliche, oh, du seeliche. Oh, du fröhliche, oh, du seeliche. Gnade, regnende Weihnachtszeit. Gnade, regnende Weihnachtszeit. Gnade, regnende Weihnachtszeit. Himmlische Ehre, ja hauzen wir Ehre, freie, freie, dich, oh Christenheit. Freie, freie, dich, oh Christenheit. Herzlich Willkommen in der schönsten Zeit des Jahres. Radio SAW wünscht euch ganz viel Spaß und schöne Stunden auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Und hier ist für euch, Radio SAW Muckefug, Olga Tapper. Hallihallo. Ja, einige haben ja schon gedacht, Mensch, vom Bauchumfang her könnte es auch der Weihnachtsmann sein, aber schön, dass ihr alle da seid. Es sind auch ganz viele Kinder dort hinten. Möchtet ihr vielleicht nach vorne kommen? Das könnt ihr gerne machen. Vielleicht könnt ihr die teilweise schon alleine nach vorne lassen? Oder funktioniert es nicht so? Nee? Aber schön, dass ihr alle da seid, zu einem ganz besonderen Tag, zu einem alljährlich stattfindenden Tag. Ich habe so ein kleines Déjà-vu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist für mich persönlich... Nee, dankeschön. Für mich persönlich ist es die schönste Zeit des Jahres. Wer freut sich denn auch auf Weihnachten? Hallo. Und wer meint, dass er in diesem Jahr richtig brav gewesen ist? Und dass der Weihnachtsmann ganz, ganz viele Geschenke bringen muss? Wer von euch ist denn in diesem Jahr nicht mehr alleine, sondern hat auch noch ein Geschwisterchen bekommen und denkt, dass er vielleicht weniger Geschenke bekommt? Völlig falsche Herangehensweise. Der Weihnachtsmann hat alle lieb. Und den... Vielen herzlichen Dank. Soll ich den mal aufsetzen? Ja, nicht, dass ich mich jetzt wirklich mit dem Weihnachtsmann ver... Ist das meine Größe? Ich habe so einen großen Kopf. Ah! Schön. Wir können ja alle nochmal winken und alle nochmal klatschen. Schön, dass ihr da seid. Zur großen Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmann. Es ist der erfolgreichste mit den meisten Besuchern, aber... Und das ist das Schöne am Magdeburger Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, ob ihr zwischendurch auch mal woanders hin musstet. Aber das Schöne hier in Magdeburg ist immer, dass man trotzdem Platz hat. Dass man es genießen kann. Dass man aus 50 Glühweinsorten testen kann. Wer hat denn in den letzten Jahren mehr als 50 oder zumindest mehr als 30 Glühweinsorten probieren können? Und ist dann... Du bist doch noch nicht mal 18! War es wirklich? Ja? Herzlichen Glückwunsch! Darf ich dir jetzt schon mal gratulieren. Wir können natürlich auch in diesem Jahr wieder eine Glühweinkönigin. Und wir möchten natürlich alle, dass ihr wunderschöne Geschenke bekommt. Ja? Ich komme noch mal ganz gut zu dir. Jetzt wird es wieder eikel hier für mich. Du hast auch so einen schönen Anzug an. Ist das hier von der Eiskönigin der Anzug? Oder was ist das? Oder von Ariel, der Meerjungfrau? Oder was ist das? Von Anna und Elsa. Anna und Elsa ist die Eiskönigin, ne? Teil 2. Hast du den schon gesehen? Nein. Jetzt wolltest du mich auch gerade schon mit Olaf ansprechen. Der Schneemann, ne? Der kann immer so schön singen. Ist das was, was du dir auch wünschst zu Weihnachten? Etwas vom Weihnachtsmann, der soll etwas bringen von der Eiskönigin? Oder was wünschst du dir? Ich wünsche mir Ego. Und was brauchst du damit? Ein... Ein Haus von Ego. Ein Rathaus, ne? Für OB Dr. Trümper. Damit er noch mehr Platz hat. Der kommt natürlich nachher auch, wie in den letzten Jahren. Also, was guckt denn denn nochmal hin? Ist das Netflix oder was? Ah, ne. Bin ja ich. Ja. Damit ihr nachher auch alle was seht. Um 17 Uhr geht traditionell das Licht an. Und in diesem Jahr an einem wunderschönen Weihnachtsbaum, der 37 Jahre alt ist. Ratet mal, wer genauso alt ist. Ich nicht. Ja. Vielen herzlichen Dank für das wunderbare Kompliment. Das nehme ich als Weihnachtsgeschenk an. Nein, ich bin nicht 10 Jahre älter, aber ich genieße es genauso wie ihr. 18 Meter hoch ist dieser Weihnachtsbaum. 10 Meter breit. Und es ist vor allem... Was meint ihr, was ist das für eine Gattung? Nordmann-Tanne oder Blautanne? Was? Wer hat da gerade... Wer hat da gerade Eiche gesagt? Ne, das ist eine Blautanne. Ja. Ja, sehr gut. Und vor allem haben wir heute morgen mit uns in Radio SRW Muckefuck gelernt. Das ist sehr gut für Katzenbesitzer, weil die Katzen sich da gar nicht ran trauen. Wegen der Nadeln und wegen dem Duft. Jetzt hast du dich da auch gerade im Fernsehen gesehen. Du bist die... Wie heißt du? Lucy. Lucy. Wie alt bist denn du? Sieben. Und gehst du schon zur Schule? Ja. Macht Spaß? Sei ehrlich, der Weihnachtsmann hört das, was du jetzt gerade sagst. Du wünschst dir bestimmt irgendetwas zur Schule, ne? Vorm Weihnachtsmann. Was denn zum Beispiel? Lego. Lego. Da könnt ihr euch ja zusammentun. Ja, da könnt ihr zusammenspielen. Nikita, was wünschst du dir denn? Einen... Einen Stuhl. Biu, biu, biu. Das ist schön. Das klingt so, als wenn du den Boxsack wünschen würdest. Ja? Wer wünscht dir denn den Aufstieg von unseren Jungs im Blauen Weiß vom 1. FC Magdeburg? Du kommst wohl nicht aus Magdeburg, wa? So, diese Diskussion wird mir jetzt gerade zu heikel. Jetzt muss ich erstmal wieder nach oben kommen. Aber ich freue mich, dass ich wunderbare Begleitung habe. Normalerweise sind sie meine Zivildienstleister, meine Pflegekräfte, heute wunderbar runtergekommen vom Himmel. Einen Riesenapplaus für unsere Radiesse wie Weihnachtsengel. Wenn man die jungen Damen so sieht, dann bekommt man ganz neue Kräfte. Ist das schön. Wer wünscht sich denn vielleicht irgendetwas zum Malen, was zum Zusammenstecken, zum Häkeln, zum Stricken? Ja, oder wer wünscht sich, dass die Eltern was Schönes bekommen? Ja, ihr seid wenigstens ehrlich, es ist schön. Ihr wisst ja, wenn wir den Weihnachtsmarkt eröffnet haben, der geht bis zum 30.12. Bedeutet, Mama und Papa können unter der Woche bis 22 Uhr mit euch hierher kommen. Und am Wochenende könnt ihr sogar bis 23 Uhr hier auf dem Weihnachtsmarkt. Wow, ist das toll? Jawoll! Genau. Da lasst ihr es krachen. Es gibt, glaube ich, an irgendeiner Theke auch eine Kakao-Flat-Rate. Also deswegen, und ganz viele Kräppchen, so viele wollt, ja? Oder es sei denn, ihr bleibt zu Hause, Mama und Papa sind da. Nee, aber mit Kindern, mit Kindern ist der Weihnachtsmarkt einfach mal am schönsten. Und wer von euch Erwachsenen wird denn jetzt gerade zur Weihnachtszeit wieder zum Kind? Ja? Eure Hilfe brauchen wir jetzt mal. Denn wir haben natürlich jemanden, den wir ganz gerne an diesem heutigen Tag hier noch auf der Bühne haben möchten. Wisst ihr, wer das sein kann, der hier heute noch auf die Bühne soll? Da müssen wir einfach mal soll sagen, ne? Wer denn? Ihr müsst das mal gemeinsam sagen, weil ich verstehe das gar nicht. Wer soll euch heute noch hier begrüßen? Der? Der sollt euch einig, der Weihnachtsmann. Habt ihr das richtig verstanden? Ja? Ja, jetzt hab ich, aber habt ihr den Weihnachtsmann schon gesehen? Aber ihr würdet gerne den Weihnachtsmann alle sehen wollen, ne? Ja? Vielleicht sehen wir den Weihnachtsmann ja, wenn wir den alle mal rufen. Ja? Auf drei, eins, zwei, drei. Weihnachtsmann! 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 Tut sich da vielleicht irgendwas? Vielleicht sehen wir ihn irgendwo? Da! Da, da ist der Weihnachtsmann! Für Kinder! Moment mal, das ist doch... Das ist doch, glaube ich, doch ein bisschen zu früh. Ja. Und ich will die Zeit noch ein wenig vertreiben. Und hier mich noch ein wenig ausrufen von der langen Reise. Auf meinen Schlitten. Und so. Oh, was haben wir denn hier? Wir sind ja schon Wunschzettel. Na, das ist ja sehr interessant. Die sind ja alle für mich. Kann ich doch gleich mal ein wenig drin lesen. Was hier so ist... Ach, das ist ein schönes, buntes hier. Das ist ja klar, der klar Wunschzettel. Lieber Weihnachtsmann! Lieber Weihnachtsmann! Ich wünsche mir ein Pferdeauto. Ein, ähm... Hast du denn gerne ein... Ein langes Auto? Und einen Banger? Und ein... Was ist denn da los? Ich... 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 Tool... Ich... Dann kann das sein, dass der Weihnachtsmann gerade eingeschlafen ist. Wie so mancher Papa im Kino, oder? Ja, welcher Papa ist bei der Eiskönigin eingeschlafen? Keine Ahnung, alle mit tiefer Romantik. Apropos Eiskönigern. Okay, wir müssen uns ja mal probieren, dass der Weihnachtsmann configuration wieder wach wird, Stefanie vielleicht auch diese wunderbare Eröffnung auch mit den ganzen Lichtern irgendwie mitbekommt. Im Übrigen, Dankeschön. Also ich will nochmal einen Riesenapplaus an alle Buden, die hier aufgestellt worden sind in den letzten Tagen. 60 neue wunderbare Hütten, die wir zusammen bekommen haben. Dankeschön der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH. Dankeschön auch für die Einladung, dass ich in den letzten Jahren auch wieder mit euch diese Eröffnung feiern darf. Und wir haben schon ganz oft von der Eiskönigin gesprochen. Die Eiskönigin ist zwar ein Kinofilm, da gibt es auch wunderbare Musik, aber ich würde mir wünschen, wenn es auch irgendwann mal ein Musical wird. Und wir haben jetzt für euch weihnachtliche Musik Musik mit Kindern, die auf eine Musicalschule gehen. Das sind die Musical Youngsters. Sie gehen in die Halberstädter Straße zu Marie Matthäus, die euch so ein bisschen singen beibringt, sodass ihr dann Let it go, let it go, let it go singen könnt oder Schneeflöckchen, Maisröckchen noch schöner singen könnt. Und I'm Dreaming of a White Christmas oder vielleicht sogar Last Christmas von Wham. Wer freut sich jetzt schon auf Wham's Last Christmas? Wie viel freue ich morgen früh gleich um kurz nach 5? Begrüßt recht herzlich mit mir auf der Bühne zur Eröffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt. Jemand, den ihr kennt aus der grünen Zitadelle, aus dem wunderbaren Theater, den ihr dort kennt als Udo Jürgens, nur echt im Bademantel, aber heute komplett winterlich angezogen. Enrico Schäffler und die Musical-Youngster. Viel Spaß! Glockenklang aus der Ferne über uns leuchten Sterne kein Mensch weit und breit nur wir sind zu zweit wandern durch den weißen Winterwald. Schnee und Eis hört man knistern, weil wir leid nur noch flüstern. Wir fühlen uns ganz wie Gretchen und Hans wandern durch den weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Rehtritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken, ganz erschrocken ist viel der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen das gehört unserem Kätzchen es teilt es mit dir dann wandern wir vier morgen durch den weißen Winterwald. Einen großen Applaus für die Kiddies und den Musical für die Young Stars. Applaus Musik Leise, leise fallen weiße Flocken Und ein Rehtritt aus dem Wald heraus Braune Augen blicken, ganz erschrocken Ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus So am Kamin ist dein Plätzchen Das gehört unserem Kätzchen Es teilt es mit dir, dann wandern wir vier Morgen durch den weißen Winterland Es teilt es mit dir, dann wandern wir vier Morgen durch den weißen Winterwald Vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Empfang hier auf dem Weihnachtsmack Und Sie haben sie gerade schon gesehen, das lernen Sie natürlich nicht nur, wie man sich einmal im Kreis bewegt Sondern Sie lernen auch ganz viele andere schöne Sachen Die Kiddies von den Musical Young Stars Und die begrüßen wir jetzt hier auf der Bühne Viel Spaß mit den Musical Young Stars unter der Leitung von Marie Matthäus Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran. Was ich wohl alles machen kann, die Kraft in mir treibt mich voran. Was hinter mir liegt, ist vorbei. Endlich frei. Ich bin frei, endlich frei. Und ich fühl mich wie neu geworden. Ich bin frei, endlich frei. Was war's denn so weit? Hier, wenn ich in dem heilen Leben. Und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nun ein Teil von mir. Sina! Zarte acht Jahre. Sina, komm nochmal, einmal verbeugt, auf geht's. Einen großen Applaus für Sina von den Musical Youngsters. Jetzt war meine Regieanweisung. Enrico, wir brauchen jetzt ein Lied. Wir müssen Headset wechseln. Und ich nehme Sie jetzt mit auf eine winterliche Reise. Wir stellen uns einfach einmal vor, dass es jetzt schneien würde. Und dann passt ein wunderschönes Lied, ein Schneeflockenwalzer, doch wunderbar dazu, wenn die Flocken so langsam nach unten rieseln. Viel Spaß! Wenn die Schneeflocken tanzen, dann steht oft die Zeit. Denn im Großen und Ganzen ist es still, wenn es schneit. Und ich stehe dort im Garten, schau den Flocken beim Walzer zu. Allen kräftigen und zarten und durch den Flockentanz kommst du. Tanzt nur weiter, ihr Flöckchen, es ist eure Zeit. Und ein kleines Weihnachtsglöckchen kündet uns Geborgenheit. Alle Großen, alle Kleinen, sie tanzen vom Himmel ins Tal. Und sie wollen uns vereinen, sie laden uns zum Ball in ihrem Saal. Schumpeln sie sich mit mir warm. Auf geht's! Lala! Lalalala, lalalala, lalalala. Wenn die Schneeflocken tanzen, dann steht oft die Zeit Denn im Großen und Ganzen ist es still, wenn es schneit Und du drehst dich dort im Reigen, ein Kuss durchbricht den Takt Die Gedanken in uns schweigen, nur du und ich im Lichterglanz Um uns herum der Flockentanz zum Fest der Liebe La 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön. Vielen Dank. Liebe Gäste, vielleicht haben wir jetzt die Weiße Weihnacht auch gemeinsam hier besungen. Wir lassen uns überraschen, ob es in diesem Jahr klappt. Aber wir haben es schon gehört, am wichtigsten ist ja die Familie zur Weihnachtszeit. Und genau die möchte ich jetzt zusammen mit den Musical Young Stars hier auf der Bühne besingen. Und mit diesem Lied wollen wir uns dann auch verabschieden und übergeben dann die Bühne. Denn wir warten ja alle ganz sehnsüchtig auf den Weihnachtsmann. Hoffentlich bekommen wir ihn auch noch geweckt, wenn er jetzt wieder so fest eingeschlafen ist. Jetzt singen wir aber erst einmal zusammen Weihnachten in Familie. Und da können sicherlich ganz viele Junggebliebene hier das mit uns gemeinsam singen. Viel Spaß. Marie, wie sieht's aus? Was denn? Weihnachten in Familie, sieh wie die Kinder sich freuen. Wenn wir die Silbersterne auf die Bäumchen streuen. Ich wünsche dir von Herzen Frieden und viel Glück. Und im Familien, bist du da einmal allein? Holen die Heimlichkeiten aus wer stecken raus? Doch wärmer als die Kerzen, strahlt so ein Augenblick, ich wünsche dir von Herzen Frieden und viel Glück. Weihnachten in Familie, bist du da einmal allein, wir wollen in Gedanken alle bei dir sein. Doch wärmer als die Kerzen, strahlt so ein Augenblick, ich wünsche dir von Herzen Frieden und viel Glück. Frieden und viel Glück. Ganz lieben Dank allen Elsas, Dankeschön, der hat doch Spaß gemacht zu singen, oder? Dankeschön dem Musical Youngster, noch mal einen Riesenapplaus. Wir haben natürlich gefragt, wie kann man nach einem derartigen Programmpunkt das Ganze noch steigern, noch toppen. Wir haben es probiert, ich glaube wir sind auf einem gleichen Niveau geblieben. Deshalb begrüßt recht herzlich mit mir, wer jetzt gerade neu ist. Schön, dass sich der ganze Platz so gefüllt hat, er hat gerade eben gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Ist auch schon jemand da? Wir können ja mal kurz ein Zeichen geben, wo ist Magdeburg, wo sind die Herrschaften und vor allem, wo sind die Kinder, die sich auf Weihnachten freuen? Die Kinder klingen aber recht alt. Ja, wo sind denn die Kinder? Ja, sehr gut, die Kita ist auch da. Ja, begrüßt recht herzlich mit mir, es gehört genauso zu Weihnachten und zur Öffnung vom Magdeburger Weihnachtsmarkt einfach mal mit dazu. Die Magdeburger Jungfrau! Ja, die Magdeburger Jungfrau heißt Magdeburger Jungfrau, da steht in ihrem Personalausweis drin. Christina, darf man dazu sagen? Ja, genau. Christina wollte eigentlich gar nichts sagen, aber möchte trotzdem irgendwas sagen? Ich begrüße alle recht herzlich zu dem Gott sei Dank trockenen Tag und auch schönen Tag, um den Weihnachtsmarkt zu eröffnen. Sehr schön. Und wir brauchen natürlich noch jemanden, der auch gleich sagen wird, wir machen die Lichter hier um 17 Uhr an. Er kommt aus seinem, wo die Heizung auf 5 gestellt ist, deswegen hat er einen Mantel angezogen aus seinem Büro, kommt er zu uns herunter. Begrüßt recht herzlich den Oberbürgermeister dieser wunderschönen Landeshauptstadt aus Magdeburg, Dr. Lutz Trümper! Wo soll man hin, weil Ihr Foto, da finde ich jetzt schon. Ja, ein bisschen mal da zurück. Sehr gut. Man hätte das auch abkleben können mit so einem X oder sowas wie im Fernsehen. Ja, Herr Dr. Trümper, in jedem Jahr etwas Neues, aber in diesem Jahr was ganz Spezielles, was die Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes angeht. Hier wird ein Licht angeknipst und wir knipsen noch die Lichter Welten an. Man hat sich dazu entschlossen, etwas ganz Besonderes zu machen, wunderbare Installationen. Das ging durch den Stadtrat, kostet ja auch ein bisschen was. Aber was, ja, weil es hat was gekostet, haben Sie gehustet. Oder weil ein bisschen, ich weiß nicht mal genau, an welcher Stelle. Aber was hat Sie dazu bewogen, auch im Stadtrat zu sagen, ja, wir machen im Jahr 2019 mal ein bisschen was anderes? Ja, die Menschen wollen heute immer mal was Neues sehen. Also wenn wir im Zoo was bauen und sagen, es ist auch nach fünf Jahren, gibt es mal was Neues. Und dann müssen wir auch mal wieder auf dem Weihnachtsmarkt eine Attraktion haben oder in der Stadt haben, die was ganz Neues ist. Und wenn wir was haben, wir wollen Aufmerksamkeit erreichen, wir müssen was Besonderes machen. Wenn das so ein bisschen so nach Kleinigkeit ist, dann nimmt das keiner wahr. Ja, dies ist wahrgenommen worden von einem Vorfeld, das hat MDR und Volksstimme und alle berichtet, über die Lichterwälde, die jetzt gleich in wenigen Minuten überall nach und nach angeschaltet werden, um halb sieben, das letzte auf dem Grundplatz. Und dann gibt es einen Flair in der Stadt, was wir noch nicht hatten. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Und viele Menschen, denen man abends schon begegnet ist, die sagen auch, das war eine tolle Idee. Es gibt auch die, die sagen, schade, um den Strom, wir da wieder verbrauchen. Aber das ist natürlich die Minderheit, aber die gibt es immer, die Mecker. Haben Sie, und noch mal ganz kurz für die Statistik, Sie haben jetzt gerade den öffentlich-rechtlichen Sender, erwähnt, auch die Volksstimme hier von Radio SRW als primates Instrumentum, haben natürlich auch darüber berichtet und sind heute auch mit vollem Stolz da. Haben Sie sich da schon was ausgeguckt, wo Sie sagen, da gehe ich, glaube ich, mal des Öfteren hin? Ja, ich glaube, das ist alles toll. Also Formtheater, Musikinstrumente auf dem Dornplatz, der Pferdeversuch, der große von Otto von Giericke und auch die Kugeln. Und das alles soll eben mal animieren, dass man da in den Rahmen sich reinschaltet und Selfies macht und die Selfies möglichst weltweit verschickt, damit alle weltweit, hier in Magdruck sind die Lichterwelten und alle herkommen und uns besuchen und damit den Tourismus ankurbeln. Das ist ja auch ein Ziel dabei, ein kleines Ziel. Das wird um 17.05 Uhr passieren, da sammeln wir uns alle an der Litfaßsäule, dann gehen wir alle in Gruppen mit dem Sachsen-Anhalt-Orchester auch eben zu den einzelnen Stationen und werden sie nach und nach anknipsen. Dafür ist aber jeder verantwortlich, was den Verkehr angeht. Also es werden keine Ampeln ausgemacht, sondern da werden es auch schon ganz gut, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, darauf aufzupassen, dass euch nichts passiert, sondern dass ihr auch alles genießen könnt. Die Lichterwelten gibt es bis zum Februar, bis zum 30.12. gibt es den Magdeburger Weihnachtsmarkt, auch mit zwei Tagen, an denen man sagt, okay, da können wir uns mal ein bisschen Ruhe. Ich habe mal hochgerechnet, es gibt 50 Glühweinsorten. Das würde bedeuten, bei 32 Tagen, an einigen müssten Sie auch zwei oder drei Glühwein trinken, wenn Sie alle probieren möchten. Nach welcher Stadtratssitzung würden Sie am liebsten tatsächlich zwei oder drei trinken? Es gibt ja nur noch zwei Sitzungen, aber da wird wahrscheinlich mehr trinken müssen als zwei oder drei. Können Sie sagen, wer ist das Thema denn sein wird von dieser Stadtratssitzung? Oder wer da am Hebel sitzt? Es gibt jetzt ganz viele Themen, aber eins wird am 9.12. die Retzensitzung sein, das ist der Haushalt, der für 2020 beschlossen werden muss und den müssen wir durchkriegen, sonst können wir am Januar, Februar nicht alles Schönes finanziert, was wir uns vorgenommen haben. Und danach kann man den Glühwein anstoßen. Kurz zur Jungfrau nochmal kurz gesprochen, wie sieht es bei dir Weihnachten aus? Wer darf da alles kommen zur Magdeburger Jungfrau? Die Familie darf kommen. Und ich habe mir sagen lassen, du kochst sogar. Was gibt es bei euch? Ja, also ich bin dieses Jahr dran mit kochen. Ich denke mal am 24.12. werden wir Raclette machen. Und am 25. Ich denke mal, ich mache Gulasch. Gulasch. Das wird hoffentlich... Da komme ich aber auch vorbei. Gulasch. Kannst du jetzt schon mit anfangen, dann ist das richtig schön durch. Obwohl dann ist es Pulled Pork oder Pulled Rind. Einer... Habt ihr nicht auch das Gefühl, als wenn dir einer fehlen würde? Die Radieser wie Weihnachtsengel sind da, Laura und Elisabeth, der Oberbürgermeister ist da. Und du bist da. Da fehlt doch noch jemand, oder? Wer fehlt denn da? Ja, das Problem ist, der Weihnachtsmann ist ja gerade eben eingeschlafen, als er sich die Zettel angeguckt hat. Passiert Ihnen das auch manchmal, wenn Sie sich so eine Akte durchgucken und in einem Antrag im Stadtrat? Niemals, nie. Ich bin immer hellwach im Rathaus. Schlafgusswache. Sollen Sie lügen, Herr Oberbürgermeister. Der Weihnachtsmann hört alles, ne? Ja, stimmt das. Keine Wahl. Gut. Fit im Stadtrat. Aber jetzt wollen wir den Weihnachtsmann hier wieder fit machen. Wir müssen alle ganz laut rufen, damit er aufwacht. Weihnachtsmann! Weihnachtsmann! Ach, und? Ist jetzt noch was? Ja, blau für den Abend. Als ob mich jemand ruft. Na klar ruft mich jemand. Die Kinder rufen mich. Und ich sitze hier und schlafe. Das geht doch nicht. Ich muss doch zu den Kindern hinunter. Ja, 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 ja. Dann mache ich das jetzt mal. Genau, dann werde ich jetzt mal hier mich auf den Weg machen. Genau. So. Die Tür zu machen. Also, der Weihnachtsmann ist dank euch wieder wach geworden. Klatscht euch selbst mal ganz kurz zu dieser tollen Leistung. Ja. Moment. Ich höre eine Glocke. Ich höre eine Glocke. Jetzt rufen wir alle den Weihnachtsmann. Weihnachtsmann! 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 Einer hat Trümper gerufen. Ach, da ist er, der Weihnachtsmann. Einen Riesenapplaus für den Weihnachtsmann. Da ist er. Lieber Weihnachtsmann. Wir freuen uns wie in jedem Jahr. Ich war immer derjenige, der brav war. Wir freuen uns in jedem Jahr, dass du hier bist, lieber Weihnachtsmann. Aber wir haben dich selten so müde gesehen wie in diesem Jahr. Was ist passiert? Na, nichts ist passiert. Ja, ich habe noch bis eben geschlafen. Und jetzt auf einmal, ich dachte, das geht morgen erst los. Jetzt werden wir die Kinder rufen. Ich denke, was denn jetzt? Jetzt ist es ja los. Und dann auch noch, als gerufen wurde, dass da hier, da, 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 da. Und wenn ein Blutze Trümper hier ist, dann denke ich, nee, jetzt musst du jetzt, komm, dann ist der wieder weg. Ja, und die Kinder wollen dich hier unbedingt sehen, oder Kinder? Den Weihnachtsmann. Weil ihr habt ja alle ganz viele Wünsche. Du hast ja, lieber Weihnachtsmann, auch schon die ganzen Wunschzettel gelesen. Was stand denn am häufigsten drauf? Was habe ich? Die Wunschzettel gelesen der Kinder. Aber nicht so viele, das sind doch nicht so viele. Nee, der müsste noch schreiben oder dem Weihnachtsmann gleich selbst sagen, was er euch wünscht. Das Lego habe ich hier wahrgenommen, wünschen sich die Kinder. Und ganz viele wünschen sich ein Geschwisterchen. Natürlich, das kann ich auch machen. Ja, genau, das macht der Weihnachtsmann. Aber, lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Weihnachtsmann, wenn du dich vielleicht, die Magdeburger Jungfrau steht in der Mitte, das ist auch gut so, wenn du dich kurz dazugesellen würdest, weil dann würden wir jetzt etwas kommen, was das Ganze noch romantischer und vor allem noch weihnachtlicher macht, hier auf diesem wunderschönen alten Markt, direkt hier beim Goldenen Reiter. Ich übergebe einfach mal das Mikrofon an Sie, weil Sie werden die wichtigen Worte jetzt schon finden. Ich muss mich noch ein bisschen suchen, aber ich finde sie gleich. Ich würde sagen, der Weihnachtsmarkt 2019 kann jetzt starten. Licht an! Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz ehrlich, der Oberbürgermeister hat gerade gesagt, das sieht toll aus und ich glaube, das ist eine Art Untertreibung, weil es sieht fantastisch aus. Das sieht nach Weihnachten aus. Mal ein Riesenapplaus für die Umsetzung der tollen Idee im Jahre 2019. Ein kleiner Schritt für den Elektriker, ein großer Schritt in Richtung Weihnacht. Nee, aber ganz toll. Und vor allem, hast du dich auch wieder erkannt, liebe Jungfrau? Dort vorne bist du zu sehen, der Goldene Reiter ist dort zu sehen. Ich weiß nicht, manch einer hat sich nach seiner Regentschaft als Oberbürgermeister irgendwie so ein Porträt malen lassen. Wenn es mal von Ihnen auch eine Lichtinstallation geben würde, das wäre doch was, Herr Dr. Trimper, oder? Darüber treffe ich keine Entscheidung. Wigbert Schwenk habe ich gesehen, den versuche ich mal zu überzeugen. Ja, da brauchen wir so viele Lampen. Mal einen kleinen Applaus zu unserem Weihnachtsmann, der uns hoffentlich gleich die ganzen Wünsche abnimmt und dann auch am 24. Dezember umsetzt. Der Magdeburger Jungfrau, auch noch mal einen Riesenapplaus. Und dem ganz wichtigen Onkel aus dem Rathaus, Dr. Lutz Trimper. Und ich wünsche euch einfach eine fantastische Zeit bis zum 30. Dezember hier auf dem kinderfreundlichsten Weihnachtsmarkt Mitteldeutschlands. Hier fährt man nicht die Ellbogen raus, sondern hier ist man kulant und wartet erstmal, bis die anderen fertig sind. Das finde ich schön. Sieben Kinderkarussells gibt es hier für euch. Wunderbares Licht überall, ihr könnt was Leckeres essen. Finnland ist hier vertreten, es gibt Grünkohl mit Prägenwurst, es gibt einfach alles. Es gibt auch leckeren Eierlikör, es gibt Kinderpunsch und vor allem gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen für euch. Und ihr müsst mal die anderen Leute, die vielleicht vor euch stehen, mal anstoßen, wenn ihr über den Weihnachtsmarkt lauft und sagt, ich möchte auch mal was sehen. Ja, das müsst ihr den Erwachsenen einfach sagen. Ja, das wird auch schön. Ja, der Weihnachtsmann möchte auch gerne noch was sagen. Ich muss euch noch was sagen, liebe Kinder, liebe Erwachsene, Großeltern, Eltern, Tanten, Onkels. Und es ist ganz wichtig, das hast du eben nicht gesagt. Ich bin jetzt jeden Tag hier. Ja, das klang eben so, heute müssen ganz schnell die Wunschzettel abgegeben werden bei dem Weihnachtsmann, sonst kommt ihr zu spät. So kam das eben rüber. Aber ich bin jeden Tag von 14 bis 18 Uhr in meinem Häuschen zu finden. Und da könnt ihr Wunschzettel abgeben, mit mir ein bisschen erzählen, vielleicht auch mal ein Liedchen singen. Wer möchte, ja, also keine Angst, nicht, dass da Kinder kommen und sagen, ich will überhaupt nicht singen. Ja, nein, 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 wir machen das dann gemeinsam. Und wenn ich nicht da sein sollte, draußen ist ein wunderschöner Briefkast. Ja, da kann man auch die Wunschzettel einwerfen. Wie bitte? Ja, ja, na ja. Das ist meine Klingel, ja, da kann man versuchen, vielleicht bin ich gerade in einem Häuschen eingeschlafen. Dann auf die Klingel drücken, vielleicht komme ich dann. Ja, also das mal als Hinweis. Und wenn ich nicht da bin, bin ich auf der Bühne. Weil ich muss ja ab 1. Dezember dann... Was muss ich da machen? Was muss ich ab 1. Dezember machen? Ja, da müssen wir die Türchen öffnen, ja, oder Fensterchen hinabgeben. Ich bin ja gespannt, was das dieses Jahr ist da auf der... Ja, also für ein Adventskalender. Und das geht dann bis zum 23., am 24. ist dann für mich dann... Ja, dann komme ich so richtig nach Hause, das wisst ihr. Am 25. wird gespielt, gespielt, gespielt. Und am 26. bin ich nochmal da, dann könnt ihr zu mir kommen. Und dann gibt es ja Kinder, die sagen, jetzt schimpfe ich mal mit dem Weihnachtsmann. Glaubt ihr das? Doch, das dürft ihr dann. Am 26., wie gesagt, könnt ihr zu mir kommen und sagen, Weihnachtsmann, sowas Blödes müsst ihr nicht nochmal bringen. Oh, der dürft mich auch in den Arm nehmen und sagen, Weihnachtsmann, ganz toll, ganz toll, was du für Geschenke gebracht hast. Das macht so einen Spaß, damit zu spielen und so. Also, damit ihr Bescheid wisst, also nicht heute gleich die Wunschschädel, dann ist ja der Sack gleich voll. Jetzt habe ich ein paar Süßigkeiten für euch drin. Ich komme jetzt hier nochmal noch ein bisschen so neben die Bühne und wer möchte, kann jetzt so ein Blutscher oder Bonbon bekommen. Ja, vielleicht auch du, wenn du möchtest. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja, vor allem, wenn die Kinder, dann sollen wir das wegnehmen auch noch. Also, schönen Dank dir. Ja, aber war nicht schlimm, was ich jetzt angesagt habe. Also, der Weihnachtsmann, das hätte ich auch noch gesagt, liest euch auch immer gerne was vor, zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr. Das macht er in seinem neuen Haus. Das weiß er gar nicht, weil der Weihnachtsmann hat so viel Stress in diesem Jahr. Aber positiver Stress, er hat nämlich ein ganz neues Haus. Da könnt ihr auch mal applaudieren. Das ist, glaube ich, in einer Bordzeit von dreieinhalb Monaten fertig geworden. Morgen in Berlin bauen die immer noch am Flughafen. Wir in Magdeburg kriegen das hin. Ja, ein wunderschönes, aus rotem Zedernholz geschaffenes Weihnachtsmannhäuschen. Wunderbar, auf 18 Quadratmeter. Ich meine, wenn man das heutzutage, kann man das Magdeburg gar nicht mehr bezahlen, von den Quadratmeterpreisen, aber das ist einfach ganz toll. Unser Weihnachtsmann hat ein neues Zuhause, ein neues Haus. Und wie gesagt, die Klingelanlage, wenn er nicht da ist, dann gibt es auf jeden Fall einen Spruch. Und ansonsten immer die Briefe reinstecken, dort mit euren Wünschen. Und einen Riesenapplaus für den Weihnachtsmann. Und die Magdeburger Jungfrau. Ja, und dann stellen wir uns ja gleich alle an und holen uns einen Lolli oder eine andere Süßigkeit. Und ansonsten verteilen auch unsere Radio-SRW Weihnachtsengel. Habt ihr neue Handtaschen? Ja, die muss ja auch leben. Verteilen sie auch gleich noch ein paar Süßigkeiten, aber wir machen nochmal ein schönes Foto. Können wir hier auf die Seite. Und dann nehmen wir die Magdeburger Jungfrau. Ja, war gut. Ist der OB noch da? Nee? Ich sag auch, wo der jetzt hingegangen ist. Sag ich euch gleich. So, ich wurde schon mal weggeschickt. Ja, der Fotograf hat den Wunsch mit dem Weihnachtsengel zusammen. Ja, ja. In der Zeit, in der jetzt am Weihnachtsmann fotografiert wird mit der Magdeburger Jungfrau, sag ich euch mal gesagt, die Lichter bilden. Die werden jetzt gleich auch eröffnet. Man trifft sich an der Litfaßsäule mit dem Sachsen-Anhalt-Orchester. Aber bitte seid so lieb. Achtet auf eure Kinder, achtet auf euch selbst, weil die Ampelanlagen, wenn man jetzt nicht auf das Licht verzichtet, sondern die gehen nach wie vor und auch der Verkehr läuft weiter, dass ihr da ein bisschen genauer hinguckt. Und dann könnt ihr weiterziehen von Station zu Station. Da trefft ihr dann auch noch Herrn Telemann. Und ihr trefft dort den Otto von Gericke, trefft ihr noch. Und noch jemand war dabei. Genau. Und zwar Kaiser Otto ist auch noch mit dabei. Und Sandra Ewan Stieger wird dann so freundlich sein, auch mit euch zusammen das Feuerwerk gegen 1830 initiieren. Das Feuerwerk gegen 1830 initiieren. Herzlich Willkommen. Ich bin es wirklich, der Komponist Georg Philipp Telemann. Ich bin ein Magdeburger. Am 14. März 1681 war ich, noch nicht einmal 300 Meter von hier, geboren worden. Die Musik bewegte mein ganzes Leben. Mehr als 3600 Werke komponierte ich. Ich war der bekannteste und der erfolgreichste Komponist des Barock. Musik, das sind Melodien, mal laut, mal leise, mal schnell, mal langsamer. Musik, das ist für mich ein ewiges und wogendes Auf und Ab. 86 Jahre alt bin ich geworden. 86 Jahre, in dem die Musik im Mittelstand. Die Musik eine ewige Quelle. Die Musik wie ein Springenbrunnen, der immer sprudelt. Und ihr lieben Magdeburger, jetzt ist es soweit. Ich, Georg Philipp Telemann, eröffne jetzt meine musikalische Lichterwelt. Musik, das ist soweit. Musik, das ist soweit. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie. Mein Name ist Otto von Giericke, Altbürgermeister der alten Stadt Magdeburg. Seien Sie uns also recht herzlich willkommen. Wir haben uns hier zusammengefunden, um ein Spektakel zu eröffnen. Nämlich mir als Bürgermeister der alten Stadt Magdeburg kommt es zu, für Sie heute den Schriftzug Magdeburg zu starten und somit hier den Platz zu erleuchten. Ich hoffe, Sie haben alle gute Laune mitgebracht und haben auch die anderen Lichtobjekte schon bewundert. Ist das so? Ja. Hat es Ihnen gefallen? Ja. Ja, dann hätte ich doch ganz gerne auch einen Applaus dafür. Denn es haben viele Leute dafür gearbeitet, dass wir solch schöne Spektakel haben. Ja, natürlich werden wir gemeinsam noch durch die Leiterstraße zum Dom schreiten. Also, sind Sie nun alle gespannt, wie es hier gleich losgeht? Wollen wir einen Condown starten? Ja. Wollen wir von fünf rückwärts zählen? Nein. Also, fünf, vier, drei, zwei, eins, Start! Ein wunderbarer Schriftzug, hell erleuchtet, nun strahlt unsere Stadt wieder. Ich habe auch ein gelösteres Feuchtchen mitgebracht, das gern jetzt euren Worten lauschen wird. So ein Gefolge hätte ich mir vor zwei Tagen schon gewünscht, als ich meinen 1.007. Geburtstag begangen habe. Oh, sind die alte geworden. Denn, wie ihr alle wisst, Gefolge, ich bin der erste Kaiser des später sogenannten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Otto der Große. Nichts gegen Otto von Giericke, aber ich habe ja wohl ein bisschen mehr Ruhm noch hier in Magdruck hergebracht. Das weiß man nicht. Oh, und meine geliebte erste Frau, Editha, derer hätte ich wohl so ein schönes Gefolge gewünscht, als wir 929 uns beide geelicht haben. Und dann in dieser herrlichen Pracht das Ganze zu erleben. Aber damals hatten wir nur Fackeln. Und ihr macht das ja heute mit einer Illumination, die mich ganz und gar zum Staunen bringt. Ich als Otto der Erste, Otto der Große nochmal genannt, der hat der Magdeburg zu Ruhm und Ehre verholfen. Nicht nur durch das Kaisertum, sondern das Größte, was ich wohl für Magdeburg damals als Stiftung leisten konnte, war die Gründung des Erzbistums Magdeburg. Und was die meisten vielleicht gar nicht vermuten, es gab damals ja drei wichtige Metropolen in Europa. Die wohl wichtigste auch heute noch für die katholische Kirche, der Ort schlechthin, Rom. An zweiter Stelle eine Residenz eines Kaisers, nämlich Kaiser Konstantin, Konstantinopel. Sie kennen den Ort heute als Istanbul, an zweiter Stelle. Und an dritter Stelle im damaligen Europa von der Wichtigkeit, ahnen Sie es oder soll ich es sagen? Magdeburg! Vielleicht rufen Sie mir das einmal zu, was ich geleistet habe damals im 10. Jahrhundert. Magdeburg! Magdeburg! Das dritte Rom oder Rom des Ostens, wie es auch bezeichnet worden ist. Gut, ich habe mitbekommen, nach meinem Tode beobachte ich ja intensiv, was hier in Magdeburg so passiert und immer noch passiert. Ja, Magdeburg mit schweren Zeiten auch hier leider davon gekommen. Der 30-jährige Krieg hat die Stadt dann einmal ganz stark zerstört, aber die Magdeburger lassen sich ja nicht unterkriegen. Sie haben dann eine hervorragende Stadt wieder aufgebaut, eine der schönsten Barockstädte Deutschlands. Ja, leider, wenn ich mich umschaue, war Rock hier weit und breit nichts zu sehen. Um die Ecke nachher zwei Häuschen noch, die wir dort aus dieser Ära noch heute willkommen heißen können. Denn der Zweite Weltkrieg hat ja leider Magdeburg noch einmal ganz stark zerstört. Und vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg konnte ich erleben, dass diese Straße hier, die Leiterstraße, wo die Weihnachtsstraße von Magdeburg schlechthin gewesen ist, hier traf sich jung und alt dann in der vorweihnachtlichen Zeit in einem herrlichen Treiben. Aber ich habe gesehen, so eine Illumination, wie Sie heute hier erlebbar haben, die hatte man damals nicht. Und Magdeburg kann sich wohl wirklich sehen lassen mit der Beleuchtung, die ich aus der Entfernung schon ganz schön erkennen kann. Genießen Sie das mit vollen Zügen, wie ja die Magdeburger Lüchterwelt, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Magdeburg durchgeführt wird. Und Magdeburg dann wieder ein bisschen populärer machen wird. Und wahrscheinlich, wie nennt man das heute, im Facebook genug geteilt. Ja, da werden Sie erleben, wie Magdeburg dann, Fotogen dann erscheint. Obwohl Fotogen ist Magdeburg immer. Die zweitgrünste Stadt, die wir ja nach wie vor sind. Sollte man aber nicht unter den Teppich kehren wollen. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Eröffnung der Lichterwelt, denn das ist ja noch nicht alles, was Sie hier sehen. Diese herrliche Pagode hinter mir, die werde ich jetzt wohl zum Erstrahlen bringen. Und ich sage es noch einmal, meine erste Gattin Editha, die wäre aus dem Staunen nicht herausgekommen. Leider so nicht, wenn sie das hätte noch erleben können. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Herr Dom, lasst uns weiterziehen zum Dom. Na klar, lasst uns weiterziehen zum Dom. Schauen Sie sich noch einmal den dunklen Domplatz an. Den sehen Sie so für jetzt zehn Wochen nicht mehr. Wie das Ganze entstanden ist, was uns hier erwartet, die Fragen beantworten uns jetzt gleich hier oben auf der Bühne. Unser Oberbürgermeister Dr. Lutz Krümpa, Holger Platz, der Beigeordnete für Umwelt, Personal und allgemeine Verwaltung, die Macher, die Eigentümer von Multidekor aus Warschau und der Geschäftsführer des Weihnachtsmarktes. Der Weihnachtsmarkt ist schon eröffnet. Vielleicht waren Sie eben auch mit zur großen Eröffnung auf dem alten Markt. Und da kommen schon zwei Lichtgestalten, würde ich sagen. Einmal einen großen Applaus, damit Sie hören, dass Sie hier nicht ganz allein sind, denn noch können Sie ja eigentlich so gut wie gar nichts sehen. Wir hören das Sachsen-Anhalt-Orchester. Es darf geklatscht werden, es darf getanzt werden, meine Damen und Herren. Das Sachsen-Anhalt-Orchester. Das Sachsen-Anhalt-Orchester. Das Sachsen-Anhalt-Orchester. Heute hier auf dem Domplatz. Und wir hören noch einen letzten Song des Sachsen-Anhalt-Orchesters. Klatschen Sie mit, bringen Sie sich in Stimmung, wärmen Sie sich auf. Das geht am besten mit einer flotten Sohle. Das Sachsen-Anhalt-Orchester. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen herzlichen Dank dem Sachsen-Anhalt-Orchester, ein gelungener Einstieg, bevor wir gleich in die Lichterwelt Magdeburg starten. Bevor es aber offiziell losgeht, wollen wir natürlich noch hören, wie das Ganze hier entstanden ist. Dazu begrüße ich hier oben jetzt auf der Bühne unseren Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper. Dazu kommt bitte Holger Platz, der Dezernent für Umwelt, Personal und allgemeine Verwaltung. Die beiden Geschäftsführer von Multidekor aus Warschau. Gregor und Tomasz Podogrodzki kommen bitte ebenfalls mit dem Projektleiter Piotr Bilecki auf die Bühne. Und der Geschäftsführer des Magdeburger Weihnachtsmarktes, Paul Gerhard Stieger. Herzlich Willkommen. Herr Trümper eben noch auf der Bühne, auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem alten Markt. Jetzt schon hier auf unserer Showbühne, auf dem Dumpatz. Und Herr Platz, ich grüße Sie. Kommen Sie alle rundherum, jawohl, wunderbar. Jetzt sehen Sie uns hier oben stehen. Meine Damen und Herren, einmal nutzen Sie die Gelegenheit, drehen Sie sich einmal um. Schauen Sie mal auf den Domplatz. Das ist ein Anblick, den sehen Sie so schnell nicht wieder. Nämlich genau zehn Wochen nicht mehr. Denn wenn wir gleich einschalten, dann ist es hell und es bleibt hell. Bis zum 2. Februar. Deswegen laden Sie ganz viele Freunde ein, das hier anzuschauen. Magdeburg ist eine wunderschöne Stadt. Und mit der Lichterwelt ist sie noch viel schöner. Herr Trümper, die Lichterwelt Magdeburg. Ein Mammutprojekt für die Stadt und ein Projekt. Ich glaube, da kann ein Oberbürgermeister doch sagen, Mensch, toll, dass das geklappt hat. Ich bin stolz. Wie fühlen Sie sich dabei, so ein Mammutprojekt für die Stadt begleiten zu dürfen oder zu können? Naja, das ist ja meine Aufgabe. Aber ich will ja zu Anfang mal sagen, das ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Da gibt es ja andere, die das auf den Weg gebracht haben. Herr Stieger, Herr Platz und die Herren, die hier stehen. Und der Stadtrat auch, die das beschlossen haben, dass sie das machen wollen für Magdeburg. Und da bin ich dabei, das mit zu eröffnen. Aber man muss deutlich mal sagen, die Arbeit haben andere gemacht. Und von daher erstmal herzlichen Dank an alle die, die das in jahrelanger Kleinarbeit vorbereitet haben. Das war eine tolle Leistung. Aber stolz sind Sie ja trotzdem. Was bedeutet das? Ja, ich bin deshalb stolz. Ich bin jetzt mit dem Menschen hierhergegangen vom Alten Markt und die neben mir rechts und links gegangen sind. Ich habe nichts Negatives gehört. Das ist schon mal schön, eine Stunde nichts Negatives zu hören und nur von Leuten zu hören, wie toll das alles ist. Und das könnt ihr ja jeden Tag so hören. Das kann ich mir gut vorstellen. Herr Platz, ich reiche einmal das Mikrofon weiter. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass es tatsächlich in die operative Phase ging. Vor einem Jahr hätten Sie geglaubt, dass wir hier an dieser Stelle jetzt die Lichterwelt eröffnen? Nee, nicht wirklich. Und ich bin also auch total beeindruckt von den vielen Menschen. Ich war ja jetzt auch unterwegs vom Alten Markt hierher. Eine ganz tolle Stimmung. Und vor allem, dass wir so viele hier auf dem Domplatz sehen, die dieses Ereignis mit uns... Also ich bin ein Stück weit bewegt, muss ich auch ehrlich sagen. Also ich finde es ganz toll, ganz großartig. Einer der schönen Momente, die man im Amt erlebt. Aber auf die Frage zurückzukommen, die will ich natürlich beantworten. Es war ein sehr ehrgeiziger Plan. Also wir haben im vergangenen Jahr damit angefangen. Und wir hatten von Anfang an, das hat der Oberbürgermeister schon gesagt, wir hatten also volle Unterstützung. Will ich auch nochmal ausdrücklich auf den Stadtrat hervorheben. Die, die mit mir in der Gesellschafterversammlung der Weihnachtsmarkt GmbH sind, aber auch alle anderen, die es am Ende beschlossen haben, die das Geld auch freigegeben haben. Und wir haben ja eine große Auswahljury gehabt, die dann die Entscheidung auch für diese Firma Multidekor, wo wir glaube ich einen tollen Partner gefunden haben, getroffen haben. Da war eine super konstruktive Arbeit. Das muss ich wirklich sagen. Also es gibt ja immer mal Streit. Das ist auch normal, es gehört in der Demokratie dazu. Aber in der Sache waren wir uns ganz schnell einig. Und das finde ich ein Stück weit einfach klasse. Zwei, drei Worte ganz offiziell. 1,6 Millionen Euro wurden ausgegeben, gut angelegt, wie wir gleich sehen werden. Aber es war ja ein ganz offizielles Verfahren. Eine europaweite Ausschreibung. Und es konnten sich also Firmen aus ganz Europa bewerben. Wie ist man jetzt tatsächlich zu dem polnischen Anbieter Multidekor bekommen? Also die ganze Ausschreibung war sehr gut vorbereitet durch Paul Stieger und durch Mitarbeiter der Verwaltung. Hier will ich auch, er ist jetzt nicht auf der Bühne, den Holder Hanisch ganz ausdrücklich nennen. Ich denke, er ist jetzt irgendwo unter uns. Und auch die ganz, ganz viele andere aus der Stadtverwaltung, die hier mitgetan haben, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Und es war super gut vorbereitet, sehr klar strukturiert. Und davon hatten wir sozusagen ein Raster, an dem wir uns dann als Jury entlanghangeln konnten, um die Entscheidung zu treffen. Was sprach für Multidekor? Für Multidekor sprach vor allem eins. Und das haben wir jetzt auf dem Hergang hier auch gesehen. Erstens die Qualität. Und zweitens, die haben sich wirklich einen Kopf gemacht über Magdeburg. Die haben sich mit uns und unserer Geschichte auseinandergesetzt. Und das hat letztendlich den Ausschlag gegeben. Und die, die das sozusagen umgesetzt haben, die die Idee hatten, die letzten Endes den Zuschlag erhalten haben und deren Werk wir jetzt gleich sehen werden, sind Gregor und Tomasz Podogrodzki, sind die Geschäftsführer von Multidekor aus Polen, aus Warschau. Und in der Mitte steht der Projektleiter, das ist der Piotr Bilecki. Er wird für uns übersetzen. Wenn man so einen Auftrag oder so eine Ausschreibung sieht, die beteiligen sich jetzt also an einer Ausschreibung. Ich denke, Magdeburg ist vielleicht in Polen nicht ganz unbedeutend oder auch nicht unbekannt durch das Magdeburger Recht. Und dann geht es ja los. Wie macht man sich da dran? Wie setzt man sich damit auseinander? Wie kommt man auf die Ideen? Denn sie hatten tolle Ideen. Wie sieht man sich damit an? Wie sieht man sich von so einen Ausschuss aus? Wie sind wir die Ideen? Wie sind wir das? Ein paar Monate lang. Ein Wielkiger Przetag, ein großer Herausforderer. Ein Team Projektor, ein Teamer Produkte. Und dann, die Jungs, die jetzt schon wieder montiert haben. Und dann, dass wir es haben. Und dann, dass wir es das ja schnellste im Niemczech geben. Das war ein paar Monate harte Arbeit, wir haben alle Unternehmen beteiligt, das heißt Designabteilung, Herstellungsabteilung bis zu dem Montageteam, das wahrscheinlich viele von Ihnen innerhalb von letzten Wochen schon in der Stadt gesehen haben. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, wir hoffen darauf, dass jetzt wir die hellste Stadt in Deutschland haben und den schönsten Weihnachtsmarkt organisieren können. Ach klar, sind wir hell, oder? Aber nie dało by sich ja tego studium zrobić, gdyby naprawdę niespaniała współpraca tutaj, panów burmistrzów i całego zespołu z Magdeburga. Nigdzie jeszcze nie byliśmy tak mile przyjęci i bardzo serdecznie dziękujemy za tą współpracę i możliwość zrobienia tego dla Was. Es wäre jedoch nicht möglich, wenn wir solche tolle Zusammenarbeit mit der Stadt und mit Herrn Stieger hier nicht hatten. Das war eigentlich der erste Fall, wenn das wirklich so gut von beiden Seiten gelaufen ist. Vielen Dank. Wir danken Ihnen für diese euren Ideen. Frau Gerhard Stieger war für die operative Umsetzung tatsächlich hier zuständig und hat quasi ja vom ersten Strich bis zum letzten Einschrauben sozusagen, Aufbauen mitgemacht. Wie geht man sowas an? Wie hat sich das gestaltet? War das schwer oder ging das eigentlich wirklich ganz einfach? Ja, also die meiste Angst hatte ich eigentlich bei dem ersten Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit Holger Platz einen Termin hatte und wir sagten, okay, wir wollen eine Weihnachtsbeleuchtung für Magdeburg anschaffen. Und dachten, naja gut, er wird uns für verrückt erklären. Das hat er zum Glück nicht getan. Auch der Finanzbeigeordnete hat schnell das Geld bereitgestellt und der Stadtrat und auch unsere Gesellschaft der Versammlung uns unterstützt. Das war das allererste und das Wichtige, dass die Politik und auch alle in dem Gremium zur Auswahl hinter uns standen. Und anschließend, naja, es war ein spannender Prozess. Man rief im Sommer Leute an und sagte, ich möchte eine Weihnachtsbeleuchtung machen. Und alle guckten einen an und sagten am Telefon, was willst du machen? Weihnachtsbeleuchtung an unser Mast. Das geht nicht oder es ist kompliziert. Aber wir haben es hinbekommen. Und von mir nochmal ein ausdrückliches Dankeschön. Viele sind hier unter uns. Ich möchte keinen vergessen. Deshalb sage ich einfach Dankeschön an alle aus den Ämtern, die dieses verrückte Projekt mitgemacht haben. Danke auch an alle aus den städtischen Gesellschaften, die uns unterstützt haben. Und die teilweise Mitarbeiter gesagt haben, okay, das machen wir einfach mit. Und da vertrauen wir auf die Weihnachtsmarkt GmbH. Das ist wirklich toll. Und von mir ganz persönlich ein Dankeschön an mein Team im Büro. Denn man muss wissen, Weihnachtsmarkt GmbH, die hat zwei Mitarbeiter. Plus die Melanie Braune, die uns noch unterstützt hat. Also Carola Tress, Melanie Braune. Danke euch auch für die Unterstützung. Heute auch für die Organisation der Veranstaltung. Und das letzte und größte Dankeschön von mir in der Runde auch an den Holger Harnisch, der das mit mir zusammen umgesetzt hat. Die allerwichtigsten, die ohne die das Projekt nicht funktioniert hätte, ist die Firma Multidekor. Und das sind die vielen Mitarbeiter der Firma Multidekor, die in Warschau aktuell sitzen und diese ganzen Produkte gefertigt haben. Und auch die Mitarbeiter, Sie haben sie gesehen, in den Gelben Westen, die durch die Innenstadt gesprungen sind, die das in den letzten Wochen bei Wind und Wetter installiert haben. Vielen Dank und einen großen Applaus für die Mitarbeiter, die das alles möglich gemacht haben. Danke. Jetzt nähern wir uns dem Höhepunkt mit ganz großen Schritten. Aber ich möchte natürlich nicht versäumen, wir haben hier berühmte Magdeburger Persönlichkeiten unter uns. Die möchte ich mal auf die Bühne bitten. Den Otto von Gericke und Otto den Großen. Die sind nicht von ungefähr hier, nein, nein, die stehen natürlich auch in der Innenstadt herum, leuchtend. Sie waren jetzt eben mit dabei, Sie haben Ihre Leuchtskulpturen angemacht und deswegen dürfen wir Sie hier oben mit auf der Bühne begrüßen. Nochmal von mir der Aufruf. Sagen Sie allen Bescheid, die Lichterwelt ist in Magdeburg. In erster Linie soll sie fotografiert werden, sie soll benutzt werden, setzen Sie sich rein, fassen Sie es an und posten Sie die Fotos. Und jetzt möchte ich Ihnen einmal sagen, der ein oder andere ist bei Instagram, bei Facebook, nutzen Sie den Hashtag Lichterwelt Magdeburg. Denn ich befürchte, wenn wir jetzt gleich den Buzzer drücken, hört mir keiner mehr zu. Hashtag Lichterwelt Magdeburg. Und auch wenn noch nicht Silvester ist, es kommen jetzt alle mal nach vorne zum Buzzer, möchten wir mit Ihnen gemeinsam die Lichterwelt eröffnen. Oh, Herr Telemann, ich habe Sie gar nicht mehr gesehen. Sehen Sie, gut, dass Sie auch mit oben sind. Herr Philipp Telemann wird auf der Bühne. Sie drehen sich jetzt alle um. Denn das wahre Geschehen beginnt dort vorne. Und wir zählen alle von zehn runter. Sie, die Hände an den Buzzer. Und Sie zählen mit und da spielt die Musik. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Damit ist die Lichterwelt Magdeburg 2019 offiziell eröffnet. Und wir waren es wünscht, wenn Sie gesehen haben. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.